Hallo zusammen, mein Name ist Cäsar und ich begrüße euch herzlich aus dem Brickshaus. Brickshaus, dein Laden für Klemmbausteine in der Schweiz. Ich habe mal in meiner Kamera geblättert und ich habe noch ein paar Impressionen von der Messe in Nürnberg 2024 gefunden. Und die möchte ich euch nicht vorenthalten. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. 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 Ich bin am Stand von Bricks. Und guck mal, wer da ist. Hallo, ich bin der Gerry. Ihr kennt mich vielleicht als Bricks Berlin und jetzt Geschäftsführer von Bricks. Sensationell. Und was hast du uns mitgebracht hier auf der Messe? Ich habe euch vier kleine Microscale-Stadien mitgebracht. Das ist unsere erste Produkte, die wir unter der Marke Bricks vertreiben werden. Das ist hier die Fältins Arena von FC Schalke 04. Dann haben wir das Stadion einer alten Försterei von Union Berlin. Dann haben wir das Olympiastadion Berlin. Und hier nochmal Deutsche Bankpark von Eintracht Frankfurt. Alle vier Sätze lizenziert und sind erstmal die ersten vier, die rauskommen. Aber es kommen noch viel, viel mehr raus. Das klingt doch wunderbar. Und wenn einer Micro kann, dann du, Gerry, oder? Vielen Dank. Hast du bewiesen mit einem Berlin? Ein bisschen, ja. Ein bisschen, ja. Ein bisschen eskaliert. Ne, ich finde es sensationell. Tja, ich hoffe, dass ihr viel, viel Erfolg habt mit eurer Marke. Kommt vorbei, gibt Giveaways, kleine Panagra-Tor, genauso wie beim Berlin-Mock. Also, ich freue mich auf ihn euch. Wunderbar. Ich danke dir und gute Messe. Danke, viel Spaß. Schönen Tag wünsche ich euch. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.